Höhe 260 Meter. Verlieren jetzt 15 in der Minute. Drei und vier halbe Kraft. Etwas mehr Fahrt wird sich nicht wegwehen. Wir gewinnen Höhe und damit ein paar Minuten. Wir bleiben bei halber Kraft. Wir haben ungefähr 15 Minuten. Mach du es Kraft. Du bist schneller als ich. Sieh dir das an, Schatz. Auf, wie ich springe. Das ist ja großartig. Das allein ist schon die ganze Reise wert. Los, geh rein und kümmere dich um dein Auge. Geh es mir über den Riss zu haben. Aufpassen, Timmer. Wenn wir auf 100 runter sind, alle vier volle Kraft. Holt die Leute rein. Wir fahren zu stark. Kommt wieder rein. Es ist noch zu groß. Es wird weiter aufreißen. Wir fahren. Wir fahren. Kommt!